Die 5 besten Saugroboter unter 100 Euro Ein Saugroboter wird dir helfen, die Hausarbeit zu erleichtern, denn er nimmt dir die Arbeit ab, täglich durchsaugen zu müssen. Ein nützlicher Helfer, für den man heutzutage auch nicht mehr so tief ins Portemonnaie greifen muss und der nicht sagt, mache ich später, sondern dann loslegt, wenn du es möchtest. In diesem Video zeigen wir dir die 5 besten Saugroboter unter 100 Euro, basierend auf dem Preis-Leistungs-Verhältnis und den Zwecken, für die sie genutzt werden sollen. Um herauszufinden, welcher Saugroboter der beste für dich ist, solltest du dranbleiben und das Video bis zum Ende schauen. Nummer 5 Evertop Saugroboter Der Evertop Saugroboter ist der ideale Saugroboter, gerade wenn du Tiere im Haus hast, denn er überzeugt mit seiner Saugkraft und nimmt Tierhaare optimal auf. Mit einer Höhe von gerade mal 6,6 cm ist er ideal, um auch unter Schränken oder den Betten zu saugen, wo du mit einem herkömmlichen Staubsauger oftmals nicht drankommst. Eine Absturzerkennung hilft dabei, dass er sich von der Treppe fahren hält und dort nicht weiterfährt. Eine Hinderniserkennung hilft dabei, Objekte und Gegenstände problemlos zu umfahren. Für ein optimales Saugergebnis solltest du allerdings darauf achten, dass nicht zu viel im Weg herumsteht. Die Akkulaufzeit beträgt ganze 90 Minuten, während die Aufladezeit mit 3 Stunden relativ schnell geht und hier viele Saugroboter aussticht. Mit der praktischen Einlassung im oberen Bereich des Saugroboters kannst du ihn problemlos von A nach B tragen. Auch wenn es dem Namen nach so klingt, saugt er nicht wirklich, sondern er verfügt über zwei Bürsten, die den aufzunehmenden Schmutz in den mit 300 ml Kapazität großen Behälter befördern. Dabei wird seine Leistungsfähigkeit mit ca. 98% bemessen. Und was sagen die Amazon-Kunden, die diesen Saugroboter bereits ausprobieren konnten? Die sind begeistert von der Saugfähigkeit und dass er den kleinsten Krümel aufnimmt. Ein bisschen Probleme hat er bei hohen Türkanten und hohen Teppichen. Aber ansonsten ist die Erkennung von Hindernissen sehr gut. Der Auffangbehälter ist leicht zu reinigen, sodass das Gerät schnell weiterarbeiten kann, wenn er entleert wird. Bei Amazon erreicht dieser Evertop Saugroboter bei bereits 25 abgegebenen Bewertungen eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Staben. Bei diesem Gerät kann zur Zeit auch noch kräftig gespart werden. Tierhaare aufzusaugen ist für diesen Saugroboter kein Problem. Nur manchmal hat er etwas Schwierigkeiten, höhere Kanten zu erklimmen. Saugt aber trotzdem effektiv und überzeugend. Das macht ihn zu unserer Nummer 5. Nummer 4 Dirt Devil Spider M607 Saugroboter Der Dirt Devil Spider M607 Saugroboter verfügt über ein Drei-Stufen-Reinigungsprogramm. Er reinigt von Wand zu Wand, spiralförmig über große Flächen oder im Kantenmodus, was heißt, dass er randnah durch Hilfe von zwei Rundbesen reinigt. Drei integrierte Sensoren sorgen dafür, dass der Spider vor Treppenstufen anhält, ohne herunterfallen zu können. Er verfügt über ein sehr flaches Design. Mit seinen gerade mal 6,6 cm in der Höhe erreicht er viele Stellen, die von einem herkömmlichen Staubsauger nicht erreicht werden können. Oder wo du ansonsten die Möbel verrücken müsstest oder dich stark bücken müsstest. Das macht ein solches Gerät ideal auch für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind. Dieses Gerät ist für viele Bodenarten gut geeignet. Er saugt dein Laminat, Parkett, Kork, Estrich, Holzdielen, Holzfliesen, Stein, Granit, Linoleum und Fliesenboden einwandfrei. Nach Abnahme der Rundbürsten ist er natürlich auch für die Reinigung von kurzflorigen Teppichböden geeignet. Er ist sehr leicht und schiebt keine dünnen Teppiche vor sich her, sondern fährt ordnungsgemäß drüber hinweg. Der Akku hat eine Laufzeit von ca. 60 Minuten und benötigt ca. 4 Stunden, um komplett aufgeladen zu werden. Geladen wird über das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel. Er hat keine eigene Ladestation. Im Lieferumfang enthalten sind der Roboter selbst, das Ladekabel und zwei Ersatzseitenbürsten. Und wie ist die Meinung der Amazon-Kunden, die diesen Saugroboter zum Teil auch schon seit längerem im Gebrauch haben? Es handelt sich hier um einen treuen Helfer, der auch Tierhaare oder Katzenstreu gut aufnimmt. Die Saugleistung ist für die Gerätegröße erstaunlich gut. Wenn der Akkuleerer wird, sollte man ihn im Auge behalten, weil er einfach aufhört zu arbeiten und man sollte nicht Gefahr laufen, dass er sich dann gerade unter dem Schrank versteckt und er da nur schwer wieder herauszubekommen ist. Bei Amazon handelt es sich bei dem Dirt Devil Spider M607 Saugroboter um einen vielgekauften Artikel und er erreicht bei weitaus mehr als 2300 abgegebenen Bewertungen eine Kundenzufriedenheit von 3,9 von 5 möglichen Sternen. Ein echter Dauerbrenner bei Amazon und ein Protagonist unter den Saugrobotern mit einer guten Funktionalität. Damit landet er auf Platz 4. Nummer 3. Severin Chill RB7025 Saugroboter Der Severin Chill RB7025 Saugroboter ist ein angenehm leiser Saugroboter für Räume bis zu 100 Quadratmetern mit Hartboden oder Kurzflurteppich bis zu 3 Millimetern Höhe, der diese einwandfrei von Schmutz und Staub befreit. Das Drei-Stufen-System in Form von einer Zickzack, einer Spiral und einer Kantenreinigung sorgt für eine reibungslose Saugfunktion. Er ist mit seinen 7 cm besonders flach und kann somit viele Stellen erreichen, die mit anderen herkömmlichen Staubsaugern wesentlich schlechter zu erreichen sind. Das Gute hieran ist auch noch, dass er mit einem verschleißfreien Saugkanal und langen Bürsten für alle Ecken und Kanten ausgestattet ist. Hier bleibt nichts ungesaugt, auch nicht die unliebsamen Wollmäuse in den Ecken. Allerdings müssen diese Bürsten für das Reinigen auf Teppichböden entfernt werden. Beim Saugvorgang arbeitet er vorsichtig. Zum Schutz für die Möbelstücke, die er umfährt, ist er mit einem gummierten Möbelschutz ausgestattet, der die Beine von Tisch und Stuhlen und natürlich auch dem Schrank nicht zerkratzen bzw. beschädigen kann. Die eingebauten Treppenerkennungssensoren sorgen dafür, dass er am Treppenansatz kehrt macht und nicht herunterfallen kann. Er verfügt über einen leistungsstarken Akku und kann bis zu 90 Minuten am Stück saugen. Die Ladezeit beträgt ca. 6 Stunden, ideal, wenn man ihn über Nacht lädt, dann steht er dir gleich morgens wieder mit voller Leistung zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Roboter noch zwei Filter, vier Rundbürsten und eine Reinigungsbürste. Amazon-Kunden, die diesen Saugroboter bereits ausprobiert haben, sind sehr zufrieden mit der Saugleistung und der leisen Arbeitsweise, denn er ist im Betrieb wesentlich leiser als ein herkömmlicher Staubsauger. Der Behälter könnte etwas größer sein, aber es reicht in der Regel für ein bis zwei Sauggänge. Bei Amazon erreicht dieser Severin Chill RW7025 Saugroboter eine Kundenzufriedenheit von 4 von 5 möglichen Sternen bei fast 200 abgegebenen Bewertungen. Der Preis ist zur Zeit sogar über 50% gesenkt, somit ergibt sich hier ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Saugroboter überzeugt mit einer sehr guten Saugkraft sowie einer sehr leisen Betriebslautstärke, aber auch der stark gesenkte Preis macht ihn zu unserer Nummer 3. Nummer 2 Go Clever Comfort Cleaner Saugroboter mit Wischfunktion Der Go Clever Comfort Cleaner Saugroboter mit Wischfunktion verfügt über verschiedene Reinigungsmodi, nämlich Automatikmodus, Spiralmodus und Kantenreinigungsmodus. Dieses Gerät ist besonders funktional, da die Form hier eine besondere Rolle spielt. Er ist rechteckig und kommt so wesentlich besser in alle Ecken und an die Kanten als zum Beispiel ein runder Saugroboter. Die Höhe beträgt gerade mal 7,4 cm und so schafft er es auch unter vielen Möbelstücken zu reinigen, wo ein normaler Staubsauger oftmals gar nicht hinkommt, ohne die Möbel zu verrücken. Aber du kannst mit diesem Saugroboter nicht nur Dreck aufnehmen bzw. wegsaugen, sondern er verfügt auch über eine Wischfunktion, die ideal für glatte Flächen wie Fliesen ist. Gerade in der Küche oder im Bad ist das sehr praktisch, denn wer hat schon Lust jeden Tag zu feudeln? Das kann ein solcher Roboter problemlos täglich übernehmen und du kannst dich ausruhen. Auch wenn er nicht zu 100% so effektiv wie von der Hand gewischt arbeitet, kann er dir die tägliche Routine abnehmen und wenn du ab und an mal gründlich selbst Hand anlegst, so bekommst du aber für viele Tage diese manchmal lästige Arbeit abgenommen. Der GoClever Comfort Cleaner verfügt über eine Nasswischfunktion. Hierfür zieht er sich Wasser aus dem Wassertank, dem zur besseren Reinigung, Allzweck- oder Essigreiniger beigefügt werden kann, um das Wischen effektiver zu machen. Zur Sicherheit verfügt er über Antikollisions- und Antifallsensoren, die den Betrieb sicher machen. Voll aufgeladen kann er bis zu 2 Stunden das Saugen bzw. Wischen übernehmen. Er verfügt über keine Ladestation, sondern wird direkt am Ladekabel aufgeladen. Er ist auch mit einem sogenannten HEPA-Filter ausgestattet, der den Haushalt noch staubfreier macht. So werden auch kleinste Partikel aufgenommen, ideal für Allergiker. Ein solches Gerät ist gerade wenn du ein Haustier hast ideal, denn er wird dich auch von Tierhaaren befreien, die oftmals auch etwas hartnäckiger aufzusaugen sind und wie gesagt, er kann das täglich machen, sodass sogenannte Wollmäuse aus Tierhaaren gar nicht erst entstehen können. Und was sagen die Amazon-Kunden, die dieses Gerät bereits ausprobieren konnten? Sie sind begeistert über die tägliche Arbeitserleichterung und den positiven Resultaten. Weiterhin macht das absolut stimmige Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Gerät noch interessanter. Das ist auch an der Kundenzufriedenheit von 5 von 5 möglichen Sternen bei Amazon klar zu erkennen. Da gibt es nichts zu meckern. Ein starker Saugroboter, der bei Bedarf auch den Boden nass überwischen kann. Mit dieser 2-in-1-Funktion erreicht er Platz 2 in unserem Ranking. Nummer 1 Hausmahl-Saugroboter Der Hausmahl-Saugroboter arbeitet leise und effizient und befreit glatte Böden und leichte Teppiche zu 99,7% von Schmutz und Staub. Egal ob Tierhaare, Milben, Schmutz oder Brotkrümel, er nimmt alles auf und sorgt für einen sauberen Boden im Zuhause. Hierzu kann zwischen zwei Arbeitsmodi einmal ein kleiner Raummodus, wo die Arbeitszeit 30 Minuten beträgt, und einem großen Raummodus, wo die Arbeitszeit 60 Minuten beträgt, gewählt werden. Durch die 3-in-1-Reinigungsfunktion wird gleichzeitig geputzt, gesaugt und gefiltert, was den Boden schonend reinigt und pflegt. Sicherheit wird hier groß geschrieben, denn eine Absturzsicherung verhindert durch Sensoren das Herunterfallen am Treppenansatz. Hindernisse im Weg werden einfach umfahren und weiterhin schaltet der Staubsauger sich bei Überstrom automatisch aus. Eine Gummilippe verhindert Beschädigung an den Möbelstücken, wenn er mal zu nah heranfährt. Der starke Akku ermöglicht eine lange Laufzeit von bis zu 90 Minuten. Auch das Entleeren geht leicht von der Hand und der Saugroboter ist schnell wieder einsatzbereit. Im Lieferumfang enthalten sind der Saugroboter, ein Adapter, vier Seitenbürsten und da nur zwei benötigt werden, sind zwei zum Auswechseln gedacht. Vier Schrauben und auch ein Schraubendreher für die entsprechenden Schrauben ist dabei. Ersatzteile können leicht online nachbestellt werden und zusätzlich kann auch ein Wischmock bestellt werden. Die Bedienungsanleitung ist etwas einfach übersetzt, aber da das Gerät so gut wie selbsterklärend ist, ist das auch nicht so schlimm. Amazon-Kunden, die diesen Saugroboter bereits ausprobiert haben, loben die einfache Bedienung und die gute Verarbeitung. Er reinigt einwandfrei in allen Ecken und Kanten und kann durchaus mit teureren Geräten mithalten. Viele positive Eigenschaften, die sich auch in der Kundenzufriedenheit bei Amazon widerspiegeln. Hier erreicht der Hausmal Saugroboter eine Kundenzufriedenheit von 4,6 von 5 möglichen Sternen bei mehr als 80 abgegebenen Bewertungen. Dieser Saugroboter arbeitet effektiv und leise, verfügt über eine lange Akkulaufzeit und kommt mit diversem Extra-Zubehör. Aus diesem Grunde erreicht er einen würdigen ersten Platz in unserem Ranking. Das ist unsere Aufstellung der 5 besten Saugroboter unter 100 Euro. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und haben das für dich richtige Modell mit aufgeführt. Wie immer haben wir der Einfachheit halber die Links zu allen in diesem Video erwähnten Produkten in der Beschreibung unten aufgeführt. Jetzt musst du dich nur noch entscheiden, welcher der beste Saugroboter für dich ist und einfach auf den entsprechenden Link unterhalb dieses Videos klicken.